Akashasana ist die Stellung des unendlichen Raumes. Akashasana wird erwähnt von Garota und er sagt, dieser Asana ist in verschiedenen Büchern erwähnt, aber die Technik wird nicht beschrieben. Akashasana kann sich zum einen beziehen auf die Ausdehnungsmeditation, wie wir sie bei Yoga Vidya lehren, und auch Patanjali im dritten Kapitel des Yoga Sutra erwähnt, setze dich hin und dehne dich aus zum unendlichen Raum. Mit anderen Worten, Akashasana heißt dehnen ins Unendliche. Es ist mehr eine Meditationstechnik. Es gibt aber auch eine Armgeste, ein Mudra, welches Akashasana verdeutlichen kann. Felix zeigt dir, wie es geht. Von Lotus-Sitz ausgehend, Padmasana oder einer anderen Sitzhaltung mit geradem Rücken. Gebe erst die Hände vom Brustkorb zusammen und dann etwas höher zum Vishuddha-Chakra-Sitz des Akasha-Elementes. Dann hebe die Arme hoch und gib die Arme zur Seite und halte die Handflächen nach vorne und leicht nach oben. Wölbe den Brustkorb etwas und gib den Kopf leicht nach hinten. Und so fühle dich geöffnet zum unendlichen Raum. Akashasana, eine Stellung, um dich mit dem unendlichen Raum und damit mit dem unendlichen Bewusstsein zu verbinden. Diese Stellung kannst du zu Anfang der Meditation eine Minute oder zwei Minuten lang halten, dich dabei unendlich weit machen und dich verbunden fühlen und danach zu einer deiner normalen Meditationstechnik übergehen. Es ist auch eine schöne Übung, so zwischendurch zu machen. Wenn du irgendwo merkst, du wirst eng, dein Herz wird eng, dann gib einfach die Hände zum Brustkorb zusammen und zerkehle und öffne dich so und werde so weit. Immer wieder verbinden mit dem Unendlichen ist eine schöne Weise, Liebe zu spüren, Freude zu spüren und in der Weite dich aufzuhalten.